Jo Leute, willkommen zurück zu Uncharted 1 Remastered und ich würde sagen, machen wir mal weiter. Ähm, ich hab dich hier schon ein paar mal gekillt, also, ja, denn ich musste nochmal neue Aufnahmen machen, weil ich hier ganze Zeit gestorben bin. Und ja, hoffentlich schaffen wir das diesmal, weil ich glaube ich bin schon achtmal oder so gestorben. Da hab ich lieber gesagt, nein, lieber noch eine neue Aufnahme, weil das hat wirklich zehn Minuten gedauert, bis wir es überhaupt geschafft haben. Obwohl wir es nicht geschafft haben, wir haben es eigentlich immer noch nicht geschafft. Da umreiß ich lieber nochmal von vorne. Und ja. Hoch mit dir. Ich find's nur ein bisschen nervig, dass ihr überhaupt, weil manchmal überspringt er. Sachen. Hindernisse. Und dann stirbt er extra noch. Zum Beispiel hier ist er einfach, hat er gar nicht mal festgehalten und dann, ja, ist er gestorben. So, ich hier zum Beispiel, mach ich lieber das hier. Hallo. Ich will da nicht springen. Ja, jetzt funktioniert es. Komischerweise. Okay, Nummer eins. Geschafft. Wie, ich muss zurück springen. Oh Mann. Das wird ja noch ein größerer Spaß, als ich dachte. So. Und rüber mit dir. Und jetzt einmal... Hoffentlich schaffen wir den Sprung. Ja, wir haben es geschafft. Oh Mann. Lieber hier hin. Anstatt dort hinten. Gut. Okay, hier ist es ein bisschen leichter. Und? Was ist passiert? Ah, okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Ach komm. Ach, puh. Ich dachte schon. Hm. Wie komme ich da hin? Ja, jetzt wirklich. Wie komme ich... Oder muss ich... Das abschießen? Nein. Hm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie ich da hinkomme. Wohl. Wow. Gut. Noch einmal. Wohl doch, ich weiß... Mann, bin ich dumm. Mann, bin ich dumm. Ich weiß jetzt, wie ich da hinkomme. Man muss sich immer schön umgucken. Sonst kommt man hier nicht weiter. Ja. Nathan. Wohin springst du eigentlich? Noch einmal. Und bitte, Nathan. Bitte mach es mal richtig. Okay, die Stelle mag ich jetzt auch nicht mehr. Wohl die eigentlich so einfach wäre. Ähm. Was? Kein Kommentar, Leute. Kein Kommentar. Das Spiel mag mich wirklich sehr. Oder ich bin einfach so ein... ...schlechter Spieler. Und das meinte ich. Wir sind die ganze Zeit gestorben, vorhin. Darum habe ich ja... ...noch eine Neuaufnahme gemacht. Und ja. Hoffentlich... ...passiert das jetzt. Oder kommen wir mal weiter ohne Hindernisse. Gut. Dankeschön. Ähm. Hallo? Gut. Und ich dachte schon, wie komme ich dort hin? Jetzt habe ich es endlich geschafft. Endlich. Kingdom Hearts. Nein, Spaß. Ähm. Glaube ich, hier muss ich die Tür aufmachen. Dann würde ich sagen, bis gleich, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja? Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. So ein verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich nicht. Einmal weglocken. Kommt sofort. Und Sully. Ja? Wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben. Das ist sicherer. Geh klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Ja, klar machen wir das. Ungesehen. Nein, das schaffen wir nicht. Aber wir schaffen es, die zu besiegen. Sullivan ist entkommen. Ausschwärmen. Sucht ihn. Gut. Wir... Sucht ihn mal. Hier sind auch schon Waffen. Uh, ein Sniper. Wo ist meine Waffe? Moment mal. Ich möchte mal nochmal machen. Motorhautpunkt neu starten. Und zwar... 96. Ah, okay. So. So. Okay. Ein Sniper ist doch ein bisschen besser, als ich dachte. Ich nehme aber lieber meinen M4 wieder. So. Da sind noch... Eins, zwei, drei. Drei Stück. So. Moment. Eins, zwei... Ja, da hinten. Der kann mal weg. Könnte ich töten. Aber dann muss der da... Der zweite weg. Obwohl der... Du kannst mal herkommen. Das wäre doch perfekt. Komm mal her. Na. So. Ja, mein Hübscher. Komm mal her. Ich will dir nur dein hübsches Genick brechen. Auf was guckst du? So. So, vier. Oh. Musste er schreien. So. Erstmal ein Sniper. Ja, das kannst du laut sein, Nathan. Richtig. Gut. Keine Verstärkung. Gucken wir mal. Ist hier noch jemand? Also, jemand Schlimmes. Da hat er noch mal Glück gehabt. Ach komm. Liebe diese Waffe. Ich liebe auch diese Waffe. Oh nein. Was? Ähm. Gut. Okay, dann. Einmal und hin. Oh. Der Seat. Äh, ja, das kann ich gut gebrochen jetzt. So, Moment. Was? Bevor ich schießen konnte, hat er mich angeschossen. Alles klar. Cool. So. Genickbruch. Ungleich. Noch einer. Ich seh'n. Okay. Die haben mich im Visier. Da ist er. So. Kann ich auch gleich wegsnipen? Was jetzt? Okay, Moment. Oh, Mann. Autsch. Von hier. Und da hinten noch. Und Moment. Noch einer. Da hinten. Hm. Du bist tot. Ja, komm mal her. Stopp. Genau. Und jetzt geht's mit dem Vier weiter. Hoffentlich war's das. Denn ich möchte nicht nochmal sterben. Denn das tut ganz schön weh. Warte, was? Okay, dann kommt mal her. Uh. Ähm, war ich hier nicht gerade noch eine Waffe? Okay, warte mal. Gut. Ein schrusslindenkerl. So. Genau, da kommen auch ein paar noch. So. Gut. Komm her. Gut gemacht. Oh, es ist vorbei. Erst mal Munition sammeln und dann geht's weiter, Leute. Dann geht's weiter. Hm. Ich habe das Gefühl, hier hinten ist irgendwas. Genau. Goldene Inka-Maske. Sieht wirklich wunderschön aus. So was würde ich auch gerne tragen. Nicht. Nein, wirklich, natürlich nicht. Oh. Silberschädel. Das habe ich... Okay, das habe ich wirklich zufällig gefunden. Gut, dann geht's weiter. Ist hier irgendwas? Hoffentlich nicht. Denn... Denn... Also... Ja, weil ich mich nicht ja immer umschauen. Denn wenn ich mich zu oft umschaue, komme ich ja gar nicht voran. So, guten Tag. Hier ist... Hi. Ja, ich wusste, dass du es schaffst. Und was jetzt? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hm. Halten. Moment mal. Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Nein. Okay, Moment. So. Dann die nächste. Roman und Navarro haben mir wirklich Chaos angerichtet. Ja, Moment. Was ist das? Pfeiler. Die müssen nach oben. Und nochmal. So, diesen Rätsel kann ich... ...den Buch... Ich kann es nicht entziffern, welche Richtung wo ist. Sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, das ist richtig. Naja, wir sind richtig. Okay, das da hoch. Das ist auch richtig. Die Krone. Die ist auch richtig. Die Schlange. Die muss nach links gezeigt werden. Und die Muschel... ...nach unten. ...nach unten. Dankeschön. Eine Öffnung. Aha. Sehr interessant. Dann würde ich sagen, bis gleich, Leute. Wir sind im Geschäft. Vorsicht! Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte. Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh oh. Oh Mist. Was ist das denn? Sully, los, raus da. Was? Das ist eine Falle! Sullivan, alles okay? Sully! Ja, ja, bestens. Alles noch dran. Unkraut vergeht nicht. Na dann, geh besser in die Bibliothek. Wir müssen irgendwie anders hier rausfinden. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Ja. Kapitel 16. Das Schatzlager. Und diesmal sind wir doch alleine mit Elena. Ja, ups. Hier lang. Moment. Schatzlager, ist das die Finale schon? Was ist das hier? Bin ich denn hier? Das Versteck für den verdammten Schatz ist das. Oh man. Warum geht das nicht kaputt? Schade. Wo sollen wir lang gehen? Das weiß ich leider nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Warte mal. In der Ecke von Jacks Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. Ich glaube 2, 5, 7 müssen wir hin. Seltsam. Oder? Ne, erstmal 5. Das 2, das 4. Gut, dann geh ich hier hin. 2, 5, 7. Was war das? Was meinst du? 2, 5, 7. Einfach weiter gehen. 2, 5, 7, 2, 5. Okay. Das ist Nummer 4. Nummer 3. Muss ich wohl hier lang. Das muss für irgendwas gut sein. 2. Okay. Komm, mach schon. Und, was muss ich jetzt machen? Es tut sich was. Nate, was, du das? Hier unten bewegt sich plötzlich etwas. Ja, ich war's. Dann muss ich da hoch. Ähm, Elena, kommst du mal? So, ich würde sagen, erstmal nach oben. So. Da ist eine 6. 5. Okay. 2 ist hier. Das wirkt ja sehr interessant jetzt. Sally, hörst du mich? Kein Empfang. Verdammt, nichts. Oh, das ist ein Schatz. Nee, ich hab keine Lust, das zu holen jetzt. Oh. Ich hab nur nach unten geguckt, hab nicht gemerkt, dass jetzt einer kam. Okay. Bin ich wieder hier. Gut zu wissen. Gut. Einfach mal machen. Und hab. Ach, komm. Okay, diesmal bin ich vorsichtiger. Ich muss nur ab dem Timing warten. Und hoch mit uns. Okay, noch einmal. So. Nein. Okay, äh. Es fängt wieder an mit dem Sterben. Und wozu war das? So. Heute ist die Sterbefolge. Oder die ist die Sterbefolge. Und ja. Ich wollte eigentlich nicht so oft in diesem Spiel sterben. Hoch mit uns. Ähm. Ja. Okay, da ist ein Schatz. Da will ich aber nicht hin. Oh, Mann. Nummer drei ist dort. Ja, wo soll ich hin? Okay. Ach, komm. Ach, ich bin so dumm. Ich bin dumm. Ich bin wirklich dumm. Ich weiß jetzt, was ich machen konnte. Könnte. Nein, einen Tipp brauchen wir nicht. Obwohl. Ich glaube, ich beenden gleich die Folge. Weil wir bei dem Neuen schon sind. Und zwar ist mich hier hoch. Ja. Ja, dieses Schatz irritiert mich eigentlich sehr. So, okay. Ich würde sagen, hier bin ich die Folge. Und ja, Leute. Wie es dann weitergeht, das erfolgen wir beim nächsten Mal. Also Leute, bis dann. Tschüss. Ja, ich bitte auch. Und dann. Vielen Dank.